Norddeutscher Rundfunk 2021 Ich möchte eine Bank, die meine Altersvorsorge so scheiße verzinst, dass sie nichts mehr wert ist. Die dafür sorgt, dass ich 40 Jahre total umsonst arbeite. Eine Bank, die mich Sparer behandelt wie den letzten Dreck. Gibt es so eine Bank? Klar, die EZB. Wir vernichten Werte. Wenn wir mit ihnen fertig sind, können sie sich im Alter nicht mal mehr ne Buwusela leisten.